Musik Herr Lagerfeld hat sehr früh ein großes Interesse entwickelt für die Materialien, für Materialität. Und in der Auswahl, die wir Ihnen in der Ausstellung zeigen, also bei diesen vier vorgeführten Marken, kann man das ganz besonders schön sehen. Bei Lagerfeld, also seiner eigenen Linie, ist sehr auffällig, dass das nun wieder ein ganz anderer Stil ist. Er orientiert sich eher an dem, was Herr Lagerfeld selber trägt. Es sind schlichte Schnitte, körperbetont, es herrscht schwarz vor. Man verzichtet hauptsächlich auf auffällige Muster und geht eher auf gedeckte Farben, vor allem natürlich schwarz, zurück. Melancholski. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020